BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Riesenerleichterung, Riesenfreude bei allen in Schwarz-Gelb. Wie groß war bei euch der Stein, der euch vom Herzen gefallen ist nach dem Schlusspfiff? Das war ein großer, aber vor allem auch ein vorläufiger Stein. Das ist so, dass wir jetzt öfter schon seit dem 10. Hälften Spieltag geschafft haben, ein Spiel zu gewinnen und auch gut zu spielen, weil wir daran eben nicht angeknüpft haben. Wenn man daran denkt, dass wir Gladbach und Hoffenheim zu Hause geschlagen haben und danach es verpasst haben, auch mal zwei Siege in Folge zu holen. Das ist jetzt ein ganz klasses Ziel, aber trotzdem freuen wir uns heute darüber und werden uns dann ab morgen voll auf Mainz konzentrieren. Vielen Dank. Tschüss.